Neu im Bronzekurs ist der Quick-Step, dieser ersetzt den Foxtrot. Wir zeigen einmal den Grundschritt, der Herr geht rechts nach vorne, die Dame links rückwärts. Vor, Seit, Schluss, Seit, Rück, Seit, Schluss, Seit, vorbei, Seit, Schluss, Seit, Rück, Seit, Schluss, Seit. Der Rhythmus bei der Figur oder bei dem Grundschritt ist Slow, Quick, Quick, Slow. Slow, Quick, Quick, Slow, Slow, Quick, Quick, Slow, Slow. Auch im Bronzekurs nach dem Grundschritt unterrichtet der Rechtskreisel. Wir tanzen einen Grundschritt, Quick, Quick, Slow, Slow, Quick, Quick, Slow, vorbei, Seit, Schluss, Kreisel, 2, 3, offenbeinig geendet, rückwärts in den Grundschritt und wieder vorbei an der Dame. Die dritte Aktion im Bronzekurs für den Quick-Step ist der Lock-Step. Wir tanzen einen Grundschritt, Slow, Quick, Quick, Slow, Slow, Quick, Quick, Slow. An der Dame vorbei, der hertanzt, Schwung, Vor, Rück, Kreuz, Vor und wieder in den Grundschritt, Chassé, Schritt.